es und zwar hat gemacht doch mal er hallo ich hab' 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 gern der schädelte er ist da ich bin gleich da ist noch mal ist es ist nicht noch ja ich bin da ja und es war alles was an einem anderen Teil der Rolle viel Spaß an alle warten er war er ja nicht an uns nicht so aggressiv ich nur jemandem 60 ich bin dabei ist alle da weg er ja ich bin da sind jetzt alle da die Bilder ich bin eh nur er hat ich bin auch nur die Tiefen aber er ist die Kette wie in der Fall ist später ja Ah der Detektiv lügt einfach ist nicht möglich Nioh fiktig Jodl ich bin ein Kölner umher ich habe ich bin bei Jula ich bin bei Jula ich bin bei Jula Bartos und bei was immer bei Jula auf Steam ist das gar nicht dass wir dich das die nennen ich habe ja auch nicht ich habe mich umgenannt noch wo ist mein Leben bei Jula ist hier vorhin wir nennen dich so lange Mai oder wie du auf Steam Mai oder heißt ich habe mich schon ungenossen nein du heißt hier Mai oder warte mal kurz ey Aua Jula war der da umgebracht Shadow Bartos Mai oder hallo hallo mit einer Reihe Zettel okay er hat war bis zu Träder nein draufkürzt war unterschreiben sich so ein Zettel steckt es wie Harry Potter er hätte mich einfach an bis zur Welt du bist der Träte oder Spiegel weiter ich habe noch keine Leichen gefunden Ich hätte das auf jeden Fall so leicht tönen können. Ich glaube, Bartos hat Mayoda gekriegt, weil Mayoda hat jemand geschrieben. Mayoda wurde gerade gekriegt, weil... Hallo. Weil... Ja, war klar. Es war so klar. Ja! Ich habe sogar noch einen Fake-Leichen gewonnen. Ich habe meinen Namen gerade gewechselt. Ja, du wurdest gekriegt. Das ist ja klar. Nee, ich habe beide getötet. Auch vor allem... Ich schieße erst mal auf... Hans-Bastian. Leute, nicht vergessen, wenn ihr ihm nachschauen wollt. Wenn ihr eine Freude habt, geht immer das Hanse-Bastian ein. Das ist echt das richtige Fall, wenn ihr so vergrüfen wollt. Richtig... Bescheuerte ist. Ich schieße, Mayoda rein. Ich denke mir so, okay, instant death. Ich schieße auf, Bartos. Ich sehe jetzt erst, dass Mayoda... Dass Mayoda nicht ganz getroffen hat, dass er noch Leben hat. Aber ich habe beide gekriegt, und dass die Mucks machen konnte. Ja, aber ich sehe so, dass Mayoda abgeschossen wird mit der gekillt. Ich hatte dann... Ich hatte einfach Standbild. Ja, Mayoda hatte Standbild. Aber ich glaube, es war besser, dass ich dann, nachdem ich war oder angeschossen, erst Bartos gekriegt hat, bevor er was sagen konnte. Bevor ich dann Mayoda ganz gekriegt habe. Du kannst alles nur Glück, dass es einfach so gutmütig war und ob das nicht gekriegt. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade was schreiben in den Chat für meine Zuschauer, und zwar... Was wollte ich überhaupt schreiben? Ich weiß nicht mehr. Ich schweige jetzt. So sauer gekriegt vor die Schranken. Oh, ne, hau ab. Ne, ne. Ich war gerade mein Liebling, den Kühlschrank. Ello Schrank. Bei Julian. Der kann da kommen noch mal sein. Da bist du, wenn du erwarten. Bist du... Äh, Leute, ich werde sterben. Warum? Wer den nicht runterkommt, ganz runter. Und mir aus dem Kühlschrank raus wollt. Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist du? Ach, im Kühlschrank. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich guck, wo es ist. Ist das hier nicht? Kann man durch die Leitung? Kann man durch die Leitung da durch irgendwie? Ne, ja, ich versuch's gerade hochzukommen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich komm, komm, komm. Komm mal. Ich glaub, es ist Barthos. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Hier, hier, hier. Was für eine Leitung? Hier, lass mich raus. Oh, du hast gar keinen Schaden bekommen. Kriegt man überhaupt Schaden? Ich weiß nicht. Warte, ich schlafe jetzt ne Schande. Du kannst auch nicht noch raus, glaube ich. Ja, man kann da oben... Nein, ich häng sie wieder... Ach, ne. Ich glaub da oben, komm ohne irgendwo raus. Barthos ist es. Barthos ist es. Ja, ich schlafe auf dem Bett. Ja. Verdient. Ich geh jetzt grad, die Dose. Wir haben ja einen Müller-Mülch. Gut, mein Müller-Mülch. Müller-Mülch. Äh. Rauschissieren sie... Wer ist es denn? Äh, ich schieb grad auf die Dose. Ich will meine, äh, Ex-Vonunkel. Ich will meine, äh, Ex-Vonunkel. Ich will dann auch, dass bei Barthos rauscht es grad im Spiel. Ja, ne? Was ist? Es rauscht gerade im Spiel. hat uns spielende ich bin es nicht ich bin in der Kabine eingeschlossen es ist Julian ich geht zu den Töten also entweder ist es jetzt sehr bei Yoda oder Schöne wer ist das dass die in Anwalt meine es ist das die dann was die in der Nähe ob es ab herzelle ich noch erledigt nach es ist ich habe nicht du warst dass die du warst das nicht und so ein paar Prozent ich dachte einfach du bist ich habe es ein gleiches Leben geworfen und nein Prozent Prozent bei ihr kann mit Schädel Schäuze und der perfekte mir hätte ich nicht gefunden ich stehe so voraus zu guter Tätigmann Fächtlein 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 ich bin noch meine Frau war da so um es rauscht im Spiel mehr er sei gerade mal oder übernommen und die Forderung er hat ein Kurs übertreibt den Punkten was die meisten Punkte mit Abstand aber dann bin ich ja weil ich meine und die Kälter als er ja ich hab ich auch ganz bezeichnet 31 Punkte übertreibt die Kurs er auch immer mich wenn ich weiter bin da haben wir es uns auch weiter es ist ja nicht weiter warum geht der Aufzug nicht und auch gar nicht doch das dauert nur richtig lange auch wieder herzurennen ich gehe weg ich habe das gefühl nein dann ist das hier in der smugrenät ich versuche jetzt mal ich bin jetzt weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg der smugrenät geworfen ja ich bin verschwunden wow juli ist es nicht da kann es nicht sein wer jetzt das dritte mal hinterher nach ist unwahrscheinlich immer möglich weil ich ja das vierte mal nicht gerade das vierte mal hinterher würde ich sein Spaß kannst du vielleicht in der Konsole einstellen du Hacker ja bestimmt ja klar wegen der Ausnahmespecial weißt du äh ich pack fest oh mein Gott das geht doch nicht mehr komm komm ich hier rein ja ich tue jeden den ich sehe ok ich glaube es ist das die ja 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 ich tue den das geht oh mein Gott ich hab's geschafft ich will aus dem Kühlraum kommen aber das was 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 war ich komme nicht mal in die warum soll es nicht sein der ist tot also zu der sagen dass er nicht bei oder warum soll ich das nicht sein weil er bar geschrieben hat fängt ich bin ja doch bitte in der Bart er hat sogar ein bisschen mit Tee gesagt es war auf jeden Fall ich komme hier nicht hoch man wie soll es gewesen sein ey du bist da mal okay eine Bombe ja Bombe und okay Bart ist gestorben ich habe jemand sterben hören also bist du ist der Koffi nein du weißt wo ich bin warum bin ich hier wieder weggekommen nein lass mich in Ruhe lass mich nein 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 hopp schon Ende wie ist sein lass mich doch hier weg ich war doch da schon drin und bin ich überhaupt wieder rausgegangen weiß das wer verdammt ja hör auf alles zu aktivieren hier ich hör das das jetzt die ganzen Türen zu hä dann bin ich eben hier wieder abgehauen bin ich dumm ich frage mich wie man da reinkommt also du hast alles zugemacht jetzt bin ich safe ok wie die Zeit abläuft hab ich gewonnen du hast du mich alles zugemacht hast du wirklich alles zugemacht hast du wirklich alles zugemacht ja außer sehen ich hab gewonnen nice ja klar wie willst du zu mir kommen däm 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 ich weiß wo du bist ich hab dich grad gesehen aber ich komme mit der Taschlobte ne ja hau ab nein 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 hau oh mein Gott ich nicht schaff ich hab noch gelebt ne was ich hab mich einfach wieder eingebungen gott geschrien boah halt ich dachte die ganze Zeit dass du es bist igolfi da dachte ich dass das war oh eiskalt ein verbatnis geredet boah aber es kann auch ein bisschen künstlich aber ich dachte trotzdem dass du es wärst ja ich steckte fest boah vor allem igolfi das ist so dumm das sagen sie alle und dann sind sie schwanger ich war hier schon drin ne ah jetzt bin ich schon wieder drin und dann bin ich einfach wieder runter gegangen das ich war einfach schon gerettelt und hab ich da wieder selbst ein gesperrt ja ich wusste nicht was die Dings macht ich hab gedacht es war irgendwie eine Falle oder so ja das habe ich letztens auch mal in der Runde gemacht und dann habt ihr geworfen wer hat das einen Shotgun ich das gibt's glaub ich nur 3 ich hab auch eh noch ich hab jetzt ja jeder und die Shotgun gekriegt aber ich hab ja besser mit der Shotgun bin hier gibt's leider keinen neuen woffentlich zugefügt glaube Innocent Innocent oh Alter ich wusste gar nicht wie man die Dings aufmacht ne Übrigens ich möchte jetzt schon mal an au da hätte ich hier eine Feuergrade hingeworfen Keiner meldet sich ok dann war es wahrscheinlich nicht weiter aber es wird angeschossen ähm willst du wirklich aah ich war's nicht hast du gesehen ich hab ne Shotgun ja lass mich hier weg dann kannst du auch rein hier ist kein Platz für uns beide ok dann mach die Tür zu ich bin nicht ok warte wir bleiben einfach hier ja wir bleiben einfach hier sobald jemand hier in den Eingang kommt keiner weiß keiner kann wissen wo wir sind sobald jemand Einang kommt schießen wir den einfach ab ja wir brauchen mal auf Jack okay ich höre nichts ich komme okay wir sind der Turret hier hallo äh das ist die mit der gleiche jato aah ja genau ah Bartos ich will ich habe was zuerst durch bei der Art der Welt ist abdreht ist eine Art und es ist in der Karate ist es auch abdreht das passiert schon nicht ich möchte schon mal anmerken um wir machen niemals das mit die einsteuern bei Nusserl entfällt oder sowas zu was er die Zeit ist man wirklich kann jemand mehr die geschossen über die Art der Karte die gebringt aber man kann auch nicht ich kann mich ein Ja, wir sind gerade Soll ich mal einen Diskrombulator werfen? Warte, ich mach das jetzt mal Nein, nein, achte, da kommt einer Ah, der schießt! Wer ist das? Nein Jetzt leg ich den Teufel Schießt! ... ... ... ... Wir sind einfach die größten Doops aller Zeiten, Igolfi. Ich hab grad ne Granate geworfen, ne, hab da für die Tür aufgemacht, da kommt das, äh, hier kommt das, die rein, ne. Ich will grad den Shotgun wechseln, knallt er erst mal, ich knallt er erst mal Igolfi ab und dann schnallt er mich ab, Alter. Ich knallt es wieder in der dritte. Ja, aufeinander, wir wollten voll die Turt bauen, und dazu knallt es einfach ab. Oh, haha, das gibt ne Narbe. Oh, geil. Ach, brumm. Nein, nicht die Reifel, ich will den Shotgun, Alter, ich hab immer nicht Shotgun, Alter, ich hab immer nicht Shotgun, Alter, ich bin einfach der Beste. Nein, ich war Muni. Was wird die Muni? Wo ist die Muni? Wo ist die Muni? Was ist die Muni? Lass mir die Ruhe! Ich mach die Muni! Hä, wo ist die Muni? Hä, wo ist die Muni? Was ist die Muni? Lass mir die Muni! Alter, mach Popkel, hier mach die Muni grad Popkel. Du musst die Scheiß Muni! Ich hab keine Muni! Lass mich nicht in Stuhl in Ruhe. Inno, jetzt bin ich echt inno. Geil, ist die ganze Scheiß Muni weg. Und da ist das Muni? Hier ist keine Muni. Hier ist keine Muni. Ey, geil, jetzt hab ich Shotgun ohne Muni, da hilft ihr auch nix. Äh, ja. Leute, darf ich euch vorstellen, meine neue Ex-Freundin. Guck mal, ey Golfi, hinter dir. Wo? Meine neue Ex-Freunde. Auch der ist das gemütlich. Hä, wo ist die? Oh, geht's dir gut? Hey! Meine neue Ex-Freundin! Das macht auch richtig Sinn, Alter! Ey Golfi! Ich hab Angst! Ey Golfi, Alter! Ey! Geht weg, ich hab Angst, geht alle weg, ey! Ich hab mich unentschieden. Ach, komm, warte, ich hab eine Scheißwaffe. Ich hab mich schon angeschossen mit das. Hey, lass meine Ex-Freundin! Ja? Lass sie? Shadow? Igolfi lebst du noch? Okay, Igolfi ist tot, das die hat den gekillt, oder? Ja, das die hat den gekillt, das die hat den gekillt, das die hat den gekillt. Was? Ich bin ja auch noch Schaden von denen du gekommen hast! Boah, es war aber so klar, als du gesagt hast, diesmal bin ich aber wirklich innocent, ne? Das klang schon direkt so, okay, du bist nochmal Traitor, läuft bei dir. Aber ich wollte es nicht sagen, irgendwie. Hey, Leute! Das war's mit dieser oder die zwei Folgen. Tschüss! 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 Tschüss!